Die Tests werden heftiger und heftiger. Wir nehmen den nächsten Aufzug. Wheatley hat die Kontrolle. Wir sind wieder in den ursprünglichen Klarus-Kammern, die Wheatley verunstaltet. Da seht ihr jetzt auch Aperture Laboratories mit zu Wheatley Laboratories. Hier ist doch eine gute Nachricht. Die Abzahl der Testkammern ist begrenzt. Davon hatte ich keinen Vorrat. Hm. Ich komme, ich komme noch nicht anfangen. Ich habe einen abgeriegelten Bereich mit hunderten Testkammern entdeckt. Völlig ungenutzte, voller Skelette. Ich habe ein bisschen aufgeräumt und jetzt sind sie so gut wie neu. Skelette, richtig. Ich hatte wohl doch einen Testvorrat. Er baut auf die Stelle was zusammen. So wie eine Erinnerung. Und, los geht's. Sei ehrlich, man merkt es gar nicht, oder? Dass es zusammengestückelt ist. Vor allen Dingen haben wir gerade die Kernschmelze ganz bequem. Und, ähm, ja. Da hatte ich mich ein bisschen vertan. Das war ja so, dass die Anlage nach, weiß ich wie viele Tausenden von Jahren, ohne Überwachung so langsam zusammenbricht. Der Reaktorkern versagt und damit halt die Kernschmelze etc. Klar, das war deaktiviert. Wheatley unfähig und deswegen wurden wir geweckt. War das so ein Grund? Oh, hallo Kubus. Tschüss Kubus. Naja. Mal gucken, wo der fällt nicht, weil ich glaube eher hier, ne? Ne? Da fehlt mir gerade das räumliche Denken. Was ist hier? Ne, das ist noch näher sogar. Hier. Jawohl. Mit den Traktorstrahlen rübergespult werden. Alles klar. Soviel dazu. Hallo, du missstaltetest etwas. So, und jetzt haben wir hier das Trampolin. Das war gut, um... Jetzt weiß ich aber die Flugbahn nicht. Das war gut, um da hinten wieder hinzukommen. Komm, wir wagen es, mein Freund. Zusammen. Ah! Das war echt ein bisschen knapp. Und aussteigen bitte. Sehr gut. Haben denn irgendwie die Möglichkeit... Ja, ich denke, ich habe eine Möglichkeit. Und zwar den Monitor von Wheatley mal wieder zuzertrümmern. Auf die gute alte Variante. Wenn ich das jetzt so tue. Na, da sind wir uns doch einig. So, jetzt habe ich aber keine. Warte. Hol ich mir wieder. No. Komm, nochmal hoch. Ist das in etwa... In etwa, was wir wollen? Ah, nicht ganz. Ein bisschen tiefer. Juhi! Blöd. Ich bin blöd. Warum habe ich das nicht vorher gemacht? Ich muss erst mal hier hoch. Think with portals. Kein Problem. Und geht der Boden nicht? Oh, du bist doch wirklich... Du wirst jetzt hier stehen. Mann, eh. So, wir gehen da hoch. Und du? Was wird das? Schade, ich hatte es doch eben so schön. Ja, komm. Ich hatte es doch eben so schön. Oh, du fällst. Oh, du fällst der weit. Oh, du fällst der weit. Warum? Wenn er einfach da stehen bleiben würde, wo ich will, ne? Moment. Nein. Wo ist er denn eigentlich? Weißt du? Du fliegst jetzt hoch. Jetzt fliegst du da hin. Jetzt fliegst du hier hin. Oh, nun geht's los. Wie enttäuschend. Oh nein. Es passiert schneller als gedacht. Es wird schon alles werden. Das macht ihn nicht mehr so recht glücklich. Die gelösten Tests. Das hat er ja irgendwie in seinem System, das ihn das ja erfüllt. Aber irgendwie nicht mehr. Sicher unbedeutend. Teste weiter. Ich suche nach einem Ausweg. Ich glaube, das wird noch erkleert. Aber jetzt schon mal geteasert. Der letzte Test war ziemlich enttäuschend. Höflichkeit hilft bei dir offenbar nicht weiter. Versuchen wir es mal auf ihre Weise. Dickerchen. Adoptiertes Hausnächtchen. Fetti, Fetti ohne Eltern. Und? Was? Was ist so schlimm, am Adoptiert zu sein? Was schlimm daran ist, Adoptiert zu sein? Äh, naja. Zunächst mal. Damit du es weißt, du bist Adoptiert. Nicht schlimm. Ich will das in die Schacht. Nichts. Einige meiner besten Freunde sind Feuerweißen. Kau dir an, du Schwachkopf. Sie ist nicht fett. Ich bin kein Schwachkopf. Mach schon. Mach einfach den Test. Tschüss, Turut. Jetzt lebt er da. Ey, und klar, das hat zugegeben, dass wir nicht fett sind. So. Die Tür bewirkt. Oh, jetzt verändern sich die Traktorstrahlen auch noch. So drücken sie sich, drücken sie einen weg von der Quelle. Und so ziehen sie einen dahin ran. Oh, oh. Wenn da keiner draufsteht, funktioniert das aber nicht wie gewünscht. Ähm... Hm. Pass auf, anders. Wir stellen uns drauf. Holen diesen Kubus. An die Seite. Und zu uns her. Okay. So, auf mit dir. Damit bleibt es immer im orangenen Bereich. Wir können rüber. Ich bin selbst noch am überlegen. Wir müssen nach da oben. Äh. Er ist ja immer auf, oder? Da muss jetzt nur noch der Kubus da runter. Ja. Das ist nicht genug. Dabei ist der Test zu einfach. Aber nicht einen Schwachkopf nennen. Mit der Schwachkopf-Sache bin ich vielleicht etwas zu weit gegangen. Warum? Schwachkopf? Ist doch nicht ganz untreffend, oder? Man, Leute. Das ist ein Rätselchen, ne? Wie in Part 1. Entschuldigung. Ich hoffe, ich habe dich nicht gestört. So klingen Bücher, wenn man die Seiten umblättert. Damit habe ich mich gerade beschäftigt. Bücher lesen. Ich bin also kein Schwachkopf. Bin gerade mit dem Schwierigsten fertig. Machiavelli. Weiß nicht, wo das Problem sein soll. Ich fand es ziemlich einleuchtend. Hast du es gelesen? Ja. Wohl nicht. Gut. Weiter im Test. Wenn doch wohl mehr Bücher da wären. Ach ja. Was? Machiavelli? Was ist das für ein Buch? Soll das uneinleuchtend sein? Wenn ich jetzt das andere irgendwo nach rechts bewege. Juhu. Das öffnet die Tür, aber wir haben nichts dafür. Das heißt, wir brauchen einen Kollegen. Wo ich sagen würde, der kommt auf dieselbe Art und Weise zu uns. Ähm, boah. Ja. Wie wir hergekommen sind. Was war mit dem Monitor? Da ist der Monitor. Da kann ich einfach nicht widerstehen. Ey, immerhin sind die nicht ganz kaputt, sondern nur das Glas. Respekt an die Macher. Was war das denn? Das war gar nichts. Nichts. Der von ihm besetzte Körper, meiner, besitzt eine integrierte Testeuphorie. Mit der Zeit wird man ihr gegenüber unempfindlich und es wird etwas unerträglich. Doch mit mentaler Stärke hält man es aus. Mir war es egal. Mein Motiv war die Wissenschaft. Er aber. Da sagt sie es, ne? Jetzt regt er sich auf, dass ihn das nicht mehr ganz glücklich macht. Was kann ich dafür? Wenn ihr nicht in eine Lösungseuphorie verfällt, sieht es schlecht aus. Kümmer dich nicht um mich. Ich will nur etwas näher am Geschehen sein. Je geringer die Entfernung, desto besser sind vielleicht die Ergebnisse. Nein. Wie bitte? Nichts. Oh, ich dachte, du hättest was gesagt. Ihr bringt uns direkt zu ihm. Perfekt. Ah, die Testkammer bewegt sich. Achtung. Jetzt wird es langsam langweilig. Hast du wirklich nichts besseres zu tun? Du hast inzwischen bewiesen, dass du Monitore zertrümmern kannst. Das hast du empirisch bestätigt. Sehr schön. Sehr tüchtig. Unsere Kleider ist clever. Der Albtraum eines jeden Monitors. Ja. Ist doch schön. Was? Da ist die Tür. Da ist der Schalter. Da sind Geschütztürme mit ihren Lasern. Da kann der Kurbus nicht durch. Oh mein Gott. Gehirn platzt in drei, zwei, eins. Da ist ein Hebel. Da sieht man es. Wunderbar. Transparent. Aber doch eine sehr schöne Testkammer, glaube ich. Verdammt. Nicht ganz geklappt. Und. Ja gut. Das ist ja blöde. So, dass er richtig abprallt. Am besten so machen, dass er halt hier oben bleibt. Dass wir nicht extra holen müssen. Das ist möglich. Aber nicht so. Also sonst muss man sich den wieder hochbewegen und so. Naja. Besser. Na siehste. Okay. Und der soll jetzt da hinten drauf. Das heißt. Nachdenken, ne? Nachdenken. Alter Schwede. Ist das meine Stärke? Wer weiß. Wer weiß. Aber sie gucken so niedlich. So unschuldig. Oh. Dadurch geht's nicht. Aber um mich vor denen zu schützen. Wird so ein Schuh draus. Passt das? Ja. Sonst würden die einen beballern. Passt schon. Du hast die Lösung zwar gefunden, aber es gibt mehrere Möglichkeiten. Und du suchst dir immer die ungünstigsten aus. Nein, nein. Das war die Lösung. Ach. Ich verpasse alles. Cool. Ja. Ich find das wunderbar. Ich komm besser so, als erwartet. Ich dachte wirklich, ich hänge irgendwo richtig übel. Beim ersten Mal spielen. Ihr wolltet mich nicht sehen. Der arme Blues ist an dem Tag arm geworden. Oder an den Tagen. Vor lauter Hinweise per Bits. Das ist nicht gut. Ich hab da eine Idee. Ich zeichne dich bei der Lösung dieses Tests auf. Dann sehe ich es mir zehnmal gleichzeitig an und erhöhe so den wissenschaftlichen Effekt. Natürlich musst du ihn dafür auch zehnmal so schnell lösen. Sag mir einfach, wenn du soweit bist. Ich will für die Aufzeichnung nichts verpassen. Meine Fresse. Jetzt hab ich aber einen Raum. Ist ja alles vertreten. Laser. Da ist ein komischer Kubus. Traktorstrahlen. Trampolin. Noch ein Kubus. Ich glaub, jetzt haben wir ein Problem. Hier werden wir mit voll Karacho reingedönert. Was ist da oben brauchen wir? Ja, das heißt... Wechsel! Das wär schon mal geschafft. Denk ich mal ein guter Startpunkt. Und dann... Könnte ich mir damit den Laser holen. Andererseits weiß ich gar nicht, was es bringt. Damit bringe ich die Traktorstrahlen weg. Doof. Ich kann die aber... Ich kann den Laser in keinem Fall benutzen sonst. Ich komm auch nicht mehr hoch eigentlich, ne? Wollte ich mal so angemerkt haben. Das ist ja nicht mal der. Oh, ich bin jetzt richtig retarded. Ich hab da hinten den schon gesehen. Er hat damit aber auch nichts zu tun. Krass da aus. Ich komm mich wieder hoch. Also der Laser muss hier hin. Wozu hab ich dich? Das bewirkt... Himmelhölle! Ich würde den mal an der Stelle lassen. Kleine Grafik-Bugs. Seht ihr das? Ich glaub schon. Laser. Okay. Dazu muss ich auf die Seite. Hier gibt's natürlich keine Wände. Den brauch ich. Ich kann aber da durch, ne? Oh. Please. Also ich nehm den Schwung. Wie soll ich das platzieren? Ja, es war schief. Schief? Nicht Master Chief. Schief. Oh nein. Das auch noch? Die müssen aus sein. Das heißt... Da muss der Dude hin. Boah, ist das ne komplizierte Kammer. Ich schwör. Aber der Dude ist auch nicht ganz zuverlässig. Er kommt davon, wie er fällt, glaub ich. So kann er ja nichts tun. Traktor-Strahlen sind aus. Und jetzt dies und das. Huh. Jawoll, Mann. Jetzt nehm ich... Das. Ja, der muss mit, ne? Können wir da mit raus? Alles klar. Geht bestimmt auch irgendwie ohne sich dabei ein bisschen weh zu tun. Du bleibst einfach mal hier. Nein, nicht so. So ist besser. Ich hab den Laser. Find my laser. Ich dachte, ich kann vielleicht irgendwie den... Ich weiß diesmal nicht, wie ich den Monitorblatt kriege. Das ist alles nicht optimal. Könnte ich vielleicht, wenn ich da so schief... Selbst das ist... Entschuldige, fühlst du dich eigentlich gut, wenn du das machst? Es ist nämlich nicht sonderlich beeindruckend. Es ist nur Glas. Ein Baby könnte die Dinger kaputt machen. Das ist nichts Besonderes. Äh, spiel ich mal nicht so auf, ne? Es ist schon ein stabiles Glas. Also, das kann nicht jedes Kleinkind. So, nachdem wir das geklärt haben, muss der Laser hier hin. Allein der Alarm, der immer lauter wird. Jetzt... Der Laser muss zwar hier hin... Der Laser muss zwar hier hin... ...muss die Verbindung wieder her. Also, würde ich sagen... ...machen wir das so. Gefolgt von... Zack und... ...peng. Tun wir das nicht an. Jaaa... Und das jetzt wieder unterbrechen. Habe ich irgendwas vergessen? Du hast es gerade gelöst, nicht wahr? Du solltest doch Bescheid sagen, bevor du... Warum machst du mir das Leben so schwer? Kriegt das nicht mit, oder was? Ich sagte schon, dass er für Fehlentscheidungen konzipiert wurde. Und ich glaube, er hat beschlossen, keine der Funktionen zum Schutz der Anlage vor einer Explosion aufrecht zu erhalten. Wheatley, Wheatley, Wheatley. Ach, meine schöne Anlage. Oh. Die Anlage zerstört sich selbst, Idiot. Stand auf Selbstzerstörung. Problem gelöst. Noch ein letztes Beben der alten Zeitenbeben. Zwei. Noch ein bis zwei davon. Nur zum Spaß. Warnung. Kernüberhitzung. Kernschmelze. Steck an seinen Job behalten. Ich bin ja kein Monster. Hülle einfach nicht hin und teste weiter. Dann wollen wir mal. Um die Tür aufzukriegen, brauchen wir den Laser. Kriegen wir uns mal relativ einfach. Das bewegt die Plattform. Das macht diese Laser weg. Wenn ihr gesehen habt, hier bewanden sich rote, böse Laser. Ähm, ich müsste erst mal hier drauf, glaube ich. Wenn man den jetzt schon wieder ausschaltet. Und ich setze die Anlage in Bewegung, indem ich... Ach so. Die ist ungemütlich. Ah, ich würde sogar noch ein bisschen... Keiner, was dagegen hat. Jupptidupp. So gefällt es mir besser. Da ist ein... Knüpflein. Drücke den Knopf. Bleib mal ganz locker jetzt, ne? Ich muss noch mal grübeln. Wir haben da jetzt was. Ich würde sagen, ich gehe noch mal zurück. Mit dem Ding kann ich es umleiten. Entschuldigung, mit der Zeit explodiert wirklich das Gehirn. Ich will ja nicht. Und ich sage es immer wieder. Noch schlauer als die Leute, als die das lösen, sind die Leute, die solche Rätsel erstellen, Alter. Aber okay, die haben das beruflich gemacht. Die wurden ja dafür bezahlt. Ähm... Ja... Gut. Warten wir... Moment, ist er noch drauf? Ja, der ist noch drauf. Ja, der verschiebt sich zwar ein bisschen. Aber solange der noch drauf ist... Musik wird immer bedrohlicher. Klar, Kernschmelze und so. Heikles Thema, würde ich sagen. Nein, im Ernst. Ihr wisst ja, Fukushima hat das ja gehabt. Und... Und Chironimo. Und... Äh, Chernobyl. Chironimo, sag ich. So. Dann... Ähm... Dann, ähm... Müssen wir an die Ebene. Um es weiterzuleiten. Auf... Auf da. Alles klar. Das heißt, dasselbe gerade nochmal, das Spielchen. Kannst du mich da auch mal mit. Dann... Jetzt wird dich kaputt. Randale. Das funktioniert nicht weiter, ne? Verdammt. Muss ich das so setzen? Oh, hier geht's ja ab. So, und hier geht's weiter im nächsten Part. Ich mach ein Päuschen und speichere. Danke fürs Dabeisein. Daumen nach oben, wird man euch loben. Und... Es bleibt sehr spannend. Bis dann und ciao!